Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 16.12.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 929 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Google-Umfrage, Live-Übersetzung, Shazam, Dark Mode, App Clip, Deutschlandstart und EA Play. Ich beginne gleich mit Umfragen. Wer möchte ein bisschen mehr Geld verdienen, der kann auf diversen Plattformen, Diensten etc. Umfragen tätigen. Das Ganze funktioniert meistens mit sehr, sehr hohem Zeitverlust, also wirklich so 20, 30, 40, 50 Minuten oder bis zu einer Stunde und dann bekommt man ein paar wenige Cents und oder einen Euro. Logischerweise, wer den Cent nicht ehrt oder bei uns in der Schweiz sagt man so schön, wer den Rappen nicht ehrt, ist den Franken nicht wert. Das ist natürlich so, aber das geht auch anders. Das zeigt Google schon länger mit seiner Umfrage-App. Da kann man ein bisschen was verdienen. Zum einen können Android-Nutzer Guthaben für den Play Store sich zusammengenerieren. Zwischen 10 Cent und 90 Cent ist so das Höchste, was man bis jetzt so mitbekommen hat, was man da bekommt. Dafür muss man aber noch nur zwischen drei und fünf Fragen, was so circa eine halbe Minute beträgt, sich zusammen beantworten. Das schöne iPhone-Nutzer, die nichts vom Play Store haben, zumindest wenn sie da nicht auch noch Video oder solche Dinge kaufen, die können sich das Ganze auch ausbezahlen lassen. Es lohnt sich also, dahingehend mal einen Blick zu werfen, sofern man das natürlich möchte. Dann gibt es Neuigkeiten von Amazon. Die stellen ihre Live-Übersetzungsfunktion für Alexa nun offiziell online. Es kann gesprochen oder erkannt werden. Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und das Brasilianische, Portugiesisch oder auch Hindi. Und die Sprachen werden dann simultan direkt übersetzt und euch zugänglich gemacht auf dem Display. Muss man mal ausprobieren, wie gut das Ganze funktioniert. Gibt es aber aktuell leider nur in den Staaten. Wie immer halt bei solchen Geschichten. Shazam, die App, die Apple schon vor vielen Jahren aufgekauft hat. Die Möglichkeit, wie man herausfinden kann, was das gerade für eine Musik ist, die im Club, gut aktuell nicht Club, aber draussen oder auch sonst irgendwo gerade läuft. Die App hat ein gehöriges Update bekommen. Zum einen in der Optik, aber auch mit den Funktionen. Und neu gibt es sie auch im Browser. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man da nicht unbedingt die App dafür herunterladen muss. Und Apple hat auch bekannt gegeben, dass mittlerweile 200 Millionen aktive Nutzer da mit unterwegs sind. Das ist natürlich schon eine Zahl und da sieht man auch wieder mal, wie Apple da gut vorausgesehen hat, dass das Ganze funktionieren wird. Weil logischerweise bei Musik, sobald das Resultat da ist, kann Apple oder empfiehlt Apple natürlich dann seinen eigenen Laden, wo man das Ganze einkaufen oder streamen kann. Sprich Apple Music. Ja, diese Dark Modes. Entweder man mag sie nicht oder man mag sie. Wer sie mag, der freut sich natürlich über jede App, die da mit daherkommt. Eigentlich dachte ich mittlerweile, es gibt schon alles im Dark Mode. Aber nee, Google lässt sich immer wieder mal ein bisschen Zeit. Zum einen haben sie jetzt die eigene Webseite auch in Dark Mode verpasst. Also google.com.ca.at.de, was auch immer. Hat jetzt einen dunklen Anstrich verpasst bekommen. Scheint aber noch nicht ganz so final zu sein. Denn das Logo ist nicht mit dem transparenten Logo hinterlegt, sondern mit dem weissen Rahmen. Ziemlich unschön. Aber ja, ist wie so vieles bei Google halt noch in der Experimentierfasung. Auch einen Anstrich neu verpasst bekommen hat das digitale Portemonnaie aus dem Hause Google. Google Pay kann jetzt auch den Dark Modus. Also jetzt könnt ihr euch die Batzeli auch in Dunkeln zählen. Dann hat Apple eine Geschichte freigeschaltet, die sie an der WWDC vorgestellt haben. Dann sind sogenannte App Clips Codes. Das sind so kleine, runde, ich sage jetzt mal vorsichtig QR-Code-artige Symbole, die man sich generieren lassen kann, die dann eine App starten oder besser gesagt Teile von einer App. Man hat da als Beispiel gezeigt, im Starbucks zum Beispiel, dass man die App vom Starbucks nicht runterladen muss. Einfach das Telefon hinhalten mit der Kamera oder über NFC. Je nachdem welcher Chip das ist, das sieht man dann auch visuell. Und dann wird eben sogenanntes App Snippet geladen und der Kunde kann dann genau das gebrauchen und muss nicht die komplette App runterladen. Von der Idee her toll, vor allem gerade aktuell mit Covid etc. und den ganzen lustigen QR-Codes, die da auf den Tischen rumliegen. Da kann man das Ganze schöner und sicherlich besser gestalten. Das Surface Duo ist im letzten Herbst, also in diesem Herbst, in den Staaten gestartet. 1400 US-Dollar wollte Microsoft dafür und bei uns durfte man in die Röhre blicken und oder auf einen relativ teuren Import setzen. Das muss nicht mehr so lange sein, denn Anfang 2021 soll anscheinend das, ja teilweise schon veraltete, sagen Bösezungen zumindest, Surface Duo in unseren Gefilden erhältlich sein. Also zumindest in Deutschland, ob das auch in die Schweiz kommt, ich wage es mal zu bezweifeln. Wir werden es sehen. Ich würde es mir gerne mal ein bisschen genauer anschauen, denn vor allem das dünne Design hat mich sehr, sehr, sehr neugierig gemacht. Zu guter Letzt gibt es noch was zu spielen. Denn EA hat ja EA Play Microsoft zur Verfügung gestellt für den Xbox Game Pass. Das Ganze kann man auch seit diesem Herbst auf der Xbox spielen und da hat man Zugriff etc. Man wusste aber auch gleich, dass die Desktop-Version erst auf Ende des Jahres kommt und für diejenigen, die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, die haben es eher schon länger gedacht, ja, es wird jetzt verschoben. Warum genau, weiss man nicht, aber wahrscheinlich, also Microsoft sagt, man sei aktuell noch nicht zufrieden mit dem aktuellen Spieleerlebnis, dass man da zu geboten kommt und das muss natürlich schon passen. Somit dürfen wir warten und hoffen, dass es eher Anfang 2021 ist und nicht Ende 2021. Wir dürfen gespannt sein und werden euch ziemlich sicher hier oder drüben im Geek Talk Spiele Podcast natürlich dann informieren, wenn es soweit ist. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch bereit habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ja, habt einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und bis morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis bald, euer Pogipsi, tschüss. Hört mehr Geek Talk!